Hallo und herzlich willkommen zum Channeling Kongress 2021 zum Thema Feld der Heilung und ich freue mich sehr, dass du auch meinen Beitrag anschauen möchtest mit Asta Charan, von dem ich jetzt selber noch gar nicht ganz genau weiß, worum es geht. Schaffe Raum in dir selbst. Durchbreche deine Grenzen sanft, aber zielführend, zielgerichtet und mutig. Erweitere den Raum in dir selbst, hier und jetzt, in diesem Augenblick, es steckt viel Kraft in dir. Wenn du die Blockaden löst, wenn du die Begrenzungen aufgibst, wenn du die Handbremse loslässt und so rufe ich dich auf und lade dich ein, diesen wichtigen Schritt zu gehen. Denn es ist nur dieser Schritt der Entscheidung, der dich noch trennt, von diesem riesigen Kraftpotenzial, das in dir steckt, von Anbeginn aller Zeiten und vom ersten Atemzug an auf dieser Erde. Und du selbst kannst dich hier und jetzt mit der Essenz deines göttlichen Ursprungs verbinden. Du kannst dich hier und jetzt erkennen als das wahre, große Wesen, das du bist. Lass dein Kelch überlaufen vor Glück. Lass deinen Körper übersprudeln vor Vitalität, Strahlkraft, göttlichem Bewusstsein. Dehne dich aus, spüre dich ganz. Nimm dich wahr in deinem großen, wundervollen Körper. Ich sehe dich in deiner wahren Präsenz. Ich sehe dich so rein, so klar und kraftvoll. in deinemamız, wundervollen Körper. Dringเดit.